Markus Steibler hat gerade von mir eine Medaille überreicht bekommen, denn er ist ja immer noch unser Goldjunge. Was aber jetzt passiert ist, nachdem du das alles gewonnen hast, am 7. Dezember 2014 in Doha, neun Tage später, Mitte Dezember 2014, hast du gesagt, ich schmeiß jetzt hin. Ich höre auf mit dem Leistungssport. Nach neun Tagen, nachdem du den Weltmeistertitel bekommen hast, keinen Bock mehr gehabt, wolltest du einfach nur einen großen Abgang, was ist um Gottes willen passiert? Ne, das war halt, ich habe mit Beginn von der Saison, also eine Saison gibt bei uns, fängt ungefähr im September an und dann kommt aus der Kurzbahn und dann kommt bis Juli ungefähr die Langbahnsaison. Und mit Beginn von der Saison habe ich eben gemerkt, ich habe gar keine große Lust wieder anzufangen mit zu trainieren. Wir haben einmal im Jahr frei, das sind vier Wochen, das ist im Sommer, die Sommerpause. Und da habe ich einfach gemerkt, ich will, ich habe gar nicht so große Lust. Und dann kam das erste Mal überhaupt der Gedanke, okay, ich muss ja eigentlich nicht, weil sonst davor, ich habe es so lange schon gemacht, es wird halt auch zur Gewohnheit und ich mache es halt weiter und es ist ja eigentlich auch insgesamt cool und so. Und da kam das erste Mal der Gedanke und dann habe ich da viel drüber nachgedacht. Das war für mich eine Riesenentscheidung. Einmal war es mein Lebensinhalt, mein wichtigster, größter. Zum Zweiten habe ich davon gelebt. Also ich habe mich davon finanziert auch. Und deswegen war es für mich schon ein Riesenschritt. Dazu kommt dann noch, dass natürlich viele Leute dahinter stehen, Trainerinnen, Ärzte, Physiotherapeuten, alles, die da auch viel Energie reinstecken und die alle erwarten, dass ich mindestens bis 2016 zu den Spielen weitermache. Und deswegen habe ich mir da schon die Zeit gegeben und habe dann gesagt, okay, ich lasse es jetzt mal sacken. Ich mache auf jeden Fall bis die Kurzpannsaison noch mit, bis zur WM und dann schaue ich weiter. Und in der Zeit ist dann halt für mich, da habe ich schon weniger trainiert dann und habe ein bisschen andere Sachen gemacht. Und in der Zeit ist dann die Entscheidung gereift einfach, dass ich es nicht mehr weitermache. Und das war noch ein Riesenerfolg. Also einen schöneren Abgang hätte es für mich nicht geben können. Und ich fand es dann einfach, von mir wäre es ein bisschen doof. Also meine Trainerin kann mich nicht an der Nase durch die Saison ziehen. Ich muss es trainieren und ich muss am Ende auch auf dem Startblock stehen und im Wettkampf schwimmen. Und wenn ich da nicht richtig Bock drauf habe, dann ist einmal die Energie von dem ganzen Team ein bisschen verschwindet. Weil ich schwimme natürlich am Ende auch gegen Leute, die voll professionell und da auch Bock drauf haben. Und zukünftige Erfolge wären natürlich auch relativ unwahrscheinlich gewesen, wenn ich eigentlich so denke, boah, überhaupt keine Lust auf Training jetzt. Und deswegen war es für mich nur konsequent, trotzdem Erfolg dann zu sagen, ich mache es trotzdem nicht weiter. Du hast in deiner aktiven Zeit natürlich, klar, die Kulissen blicken können, deutscher Sportverein, Sportförderung. Jetzt, nachdem du so knapp zwei Jahre raus bist aus der Nummer, gibt es was, wo du sagen würdest, ich glaube, da würde ich ein bisschen was ändern, einfach um wieder Talente mehr in die Schwimmbecken zu kriegen? Ja, es ist ja einmal so die Sportförderung im Allgemeinen und einmal dann der Deutsche Schwimmverband. Und ja, was heißt ändern? Es ist so als Sportler oder Ex-Sportler ein bisschen doof zu sagen, ja, wir brauchen mehr Geld. Ich würde einfach mal, also ich fände es schön, vor allem wir Schwimmer haben da immer viel abgekriegt, bei Olympischen Spielen vor allem viel Häme aus der Presse. Ich habe da nicht so ein Riesenproblem mit gehabt, aber, also wir werden eigentlich regelmäßig niedergemacht von der Presse, nach jedem, oder bei jedem Groß-Event schon, wenn nicht sofort die Medaillen da sind. Und ich finde es halt deshalb ein bisschen unfair, weil es wird ein bisschen gefördert in Deutschland, aber gar kein Vergleich zu anderen Ländern. Also in anderen Ländern wird einfach viel mehr investiert, nicht nur finanziell, wird einfach viel mehr gemacht dafür, dass dann schnelle Leute da sind. Und das passiert halt bei uns nicht. Deswegen finde ich, es müsste einfach mal eine Entscheidung her, will Deutschland überhaupt den Leistungssport, will Deutschland Medaillen gewinnen bei Olympischen Spielen und bei Weltmeisterschaften? Und wenn ja, dann muss eben mehr dafür gemacht werden, wenn man da konkurrenzfähig sein will. Dann muss es natürlich auch, also dann gibt es ganz viele Details. Also eine Ganztagsschule, da muss es da irgendwie integriert werden. Also so funktioniert es auf jeden Fall auf Dauer nicht. Und wenn nein, dann dürfen aber auch keine Medaillen erwartet werden dann am Ende vom Jahr. Das ist das, was für mich gerade nicht ganz zusammenpasst. Also wir werden gefördert wie die, also wir werden wahrscheinlich gefördert wie die 35 besten Sportler auf der Welt und am Ende müssen wir schneller sein als die Chinesen, die eine Milliarde Leute sind und wo dann 5000 Fünfjährige in den Internat gesteckt werden und getriezt werden und einer kommt dann eben durch. Das passt halt nicht ganz zusammen, Anspruch und was man dafür tut. Also es gibt genau Rufe aus dem Publikum und es gab Applaus. Es scheinen sich noch andere Leute damit auszukennen. Aber gut, dass du da klare Kante zeigst und das auch sagst. Du hast ein Jahr bevor du aufgehört hast, ja schon in die Zukunft investiert mit deiner Arbeitskollegin Luisa zusammen, hast du das Louiscellas gegründet. Das ist eine Eisdiele auf St. Pauli, jetzt auch neu in St. Georg noch zusätzlich. Also es gibt in der Zwischenzeit zwei Louiscellas. Ein Schwimmsportler, der plötzlich Speiseeis verkauft, das finde ich auch eine geile Wendung. Warum um Gottes Willen Speiseeis? Ja, es ist ein cooles Produkt einfach. Also ich fand immer Selbstständigkeit von Tieren spannend. Und Luisa war dann im Auslandssemester in Italien und ist ein bisschen mit der Idee weitergekommen, mit wiedergekommen nach Hamburg. Und ich hätte es nicht bei allen mitgemacht, aber bei Eis sind Vorteile einmal, wenn man dann einen Laden hat, dann sind meistens die Leute, die reinkommen, haben gerade Freizeit und gönnen sich was, sind gut gelaunt. Das ist eigentlich immer eine coole Stimmung bei uns im Laden. Und was für mich Eis auch spannend macht, also wir produzieren ja auch alles selber. Und da gibt es eben riesige Qualitätsunterschiede. Also wenn man mal nur in Edeka geht, es gibt ja total billiges Eis und total teures Eis. Und das teure Eis, also da kann ich jetzt hauptsächlich für uns sprechen, aber da gehe ich davon aus, dass es bei anderen auch so ist. Es ist nicht nur teuer, weil wir sagen, wir sind teuer und wollen lieber die Leute anziehen, die mehr Geld haben, sondern da gibt es eben riesige Unterschiede. Einmal, also nicht so sehr ins Detail zu gehen, aber einmal muss ja Fett ins Eis, wird es tierisch gewonnen oder pflanzlich. Tierisch ist eben viel hochwertiger und teurer. Und dann, wie viel Eis ist überhaupt im Eis? Also es wird mit Luft aufgeblasen Eis. Und in jedes Eis muss ein bisschen Luft rein, dass es überhaupt cremig ist. Aber bei Industrieeis ist eben mehr als die Hälfte Luft zum Teil. Das heißt also, manche Eise sind billiges Material, Farbstoffe, Aromen, darauf verzichten wir auch komplett und davon nicht viel. Und das gibt eben dann den Unterschied in der Qualität und auch in den Preisen. Und das macht es für mich einfach spannend, dann zu versuchen, das beste Eis herzustellen, was wir erstellen können. Ihr habt ja, glaube ich, irgendwie 400 Sorten im Programm. Franz Brötchen Eis, also nicht immer natürlich täglich im Programm, aber habt irgendwie 400 Sorten tatsächlich schon in der Zwischenzeit gemacht oder so. Also unglaublich viele Sachen. Franz Brötchen Eis habe ich das letzte Mal, als ich bei euch in der Eisdiele war, gesehen. Man gibt eine Wunschliste, da haben Leute geschrieben, macht mal Gin Tonic Eis und so weiter. Was ist, ja, da höre ich, yeah, aus dem Publikum. Was ist denn dein aktuelles Lieblingseis bei euch? Ich war heute Morgen selber in der Produktion und wir haben unter anderem Erdnuss gemacht. Und da gibt es wieder total große Unterschiede. Erdnuss ist nicht gleich Erdnuss? Erdnuss ist nicht gleich Erdnuss. Und das wird normalerweise mit Erdnussmark dann gearbeitet. Und noch größere Unterschiede gibt es natürlich bei Pistazien, nämlich wirklich 100% Pistazien. Und dann, wo kommt die Pistazie her, was ist das für eine Pistazie? Oder nehme ich irgendeine Paste, die mit anderen Nüssen und Aromen und so gestreckt ist. Und das haben wir das erste Mal jetzt seit langem wieder produziert und da habe ich auch ein bisschen was genascht. Ja, also man kann mit Markus Leibler nicht nur über das Schwimmen reden, sondern auch über das Speiseeis, meine sehr verehrten Damen und Herren.